Moin Leute, das ist die YouTube-Lube Nummer 4 mit einem kleinen kurzen Video. Und zwar, vielleicht habt ihr ja schon mitgekriegt, die Channelviews, ja sprich der Zähler, der die Kanalaufrufe zählt, der ist mal irgendwie komplett den Bach runtergegangen. Also bei mir auf dem Kanal habe ich jetzt momentan zwei Aufrufe. Da sind mal soeben 2600 weggegangen. Das Schlimme ist, das betrifft nicht nur mich, ja, das betrifft auch viele andere. Also wenn man sich hier mal Bekannter anguckt, okay, das ist jetzt ein Wert, da hat der YouTube irgendwann was ausgeglichen und das wieder abgezogen. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Bei William Johnson genau das Gleiche. Ja, und auch bei ein paar Freunden und Bekannten, da sind einfach mal ein paar Tausend abgezogen worden. Ja, hier bei Alberto Sonder sind sie einfach mal komplett weg. 15 Millionen, Alter. Das ist krass. Ja, und YouTube hat über den Partner-Channel auf Twitter auch schon geschrieben, dass sie das so schnell wie möglich beheben wollen. Ja, da darf man gespannt sein, was sie sich da einfallen lassen. Ich habe jetzt hier mal sechs, sieben Kanäle durchgeguckt und das wird Spaß, die Zahlen zusammenzusuchen. Okay, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass ich das ziemlich scheiße finde. Aber hey, wenn YouTube nichts sehen kann, dann muss man es auf die Haare tun lernen. Und dann muss ich es auch mal kurz sagen, dass sie das so schnell wie möglich machen wollen. Und dann muss ich es auch mal kurz sagen.